ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Mann, da muss ich hier cheaten oder wat? Ist ja schon wieder HEAL! Mann, ist ja peinlich wegen so ner Scheiße nachzugucken Wie? Wat wie? Wo willst du nachkriegen? Minecraft Fiki Achso E-Tems Mh Ist das unter E-Tems eigentlich? Ist egal Was suchst du denn? Na, nen Dispenser Achso Naja, zippt einfach Dispenser und den Wiki hinter Stimmt denke ich Okay, wer nen raus da Leg da schon längst Mh Angelst du da rum wieder? Nein Ich komm mit, warte, ich angel hoch Dann brauch noch nen Bogen Ich sag extra nein und er sag nicht Oh, ja Du kannst ihn ja nicht Ey, man braucht noch nen Bogen Ja, okay, dann sag euch das nicht Einen Bogen braucht man Ich hab nur einen, wenn die Truhe, wenn den haben wir Wird das nicht? Hä? Man braucht nen Bogen Pflasterstein Bogen Redstone Hab ich hier Ach, er sagt nicht der Bogen muss Jans sein Oh ey Wie Jans? Na, meiner ist doch schon kaputt Ja Ja, kann sein, aber über der Hälfte Weil ich hab hier nur so einen kaputten Von soem Das schon Konsum? Genau Du machst richtig blöd hier runter zu angeln, weißt du Guido? Na, dann bau hier nen eigenen Angelturm Ach, Spendenleben bräuchte man auch noch, wa? Jetzt aber Spendenleben haben wir aber nicht so viel Fisch 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 Habe아서 die Kiste, glaube ich Ja, aber Kapptu ist noch sechse dann nach sage ich das Na komm, Fisch 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 Lala lala Pop, im Fisch Mmh Das war ein Scheiddu fonts Das sche keer Kann man hier Sushi machen beginning Ach Ach, Sushi, du bist süß. Ich weiß ich selber. Ich hab mein Haus noch ja auch nicht fertiggestellt gehabt, oder? Ich nix wissen. Mann, die Musik kriegt mir auf. Hä? Ich glaub wir brauchen noch ein bisschen Kohle, wa Guido? Ich glaub wir brauchen einen neuen Tabby. Ja, brauchen wir noch Kohle? Ja, ja, ja. Joa, wie ging denn das nochmal? Sechs auf alle Fälle. Noch ein bisschen Stein brauchen wir, oder? Stein? Hm. So ruhig? Oh, gab da eine Nachricht bei Outlook. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Glühstrom. Hörlicher Glückwunsch, herrchen. Ja, genau so war das. Und denn? Ach, ja, ich bin da um 8. Ey, geht mit. Um 8. Hübs. Auch nicht ganz so wirklich. Hm. Hier hinten läuft ein Creeper an Daniels Haus rum. Oh nein, ne. Welche Seite? Naja, schwerst du erklären. Also genau entgegengesetzt da, wo du stehst. Hm. Aber dürfte nicht weiter wild sein. Na ja, ach nein. Ich baue hier in Ruhe meine Küche erstmal fertig. Wo ist denn die andere Spacke holen hier rein? Ich hole mir grad ein bisschen Stein. Da ist dann der Creeper. Jetzt ist er an unserer Hütte. An unserer komischen Dingsbums-Hütte. Jetzt ist er gleich am Feld. Jetzt ist er am Feld. Guckt er drauf, ob ich ihn von hier aus mit dem Bogen treffe. Ich glaube nicht. Bei dem Club auch nicht. Aber geil werden wir, oder? Wenn ich hochgenossiere. Geil werden wir. Wenn ich's gar nicht mehr bei dir wegstehe. Jetzt kommt da Nadir. Jetzt kommt da gleich Klingeln. Nee, da steht aber der Kühe. Jetzt kommt da gleich Klingeln. Jetzt kommt da gleich Klingeln. Alter, hab ich viel zu weit geschossen? Ist ja krass. Ich könnte wirklich nicht treffen können hier aus. Das ist so bescheuert. Siehst du das denn da? Ich hatte bloß gehört. Irgendwie einen Bogen. Oder so einen Pfeil links. Und ich stehe auf meinem Hangelturm. Und da ist mit dir am Haus. Das ist natürlich krass, ja. Und ich hab viel zu weit. Ich hab über dein Haus noch geschossen. Wo ist denn jetzt hin? So. Schlafschütze. Schlafschütze. Und dann Dings, oder was? Hä? Dann Bums, ja. Wie kommt denn hier Faden drin? Boah. Was da drin? Hier kommt Essen. Redstone. Wo ist denn der Creeper? Warte mal. Ah, ein Pfeil. Da ist er. Warte mal. Ah, ein Pfeil. Ich versuche es mal nochmal. Genau jetzt hinter deinem Haus von dir aus. Ich habe es geschafft, das noch mein Haus zu machen. Alter, jetzt hoffen. Ach. Filmst du? Ja, ich sehe ihn nicht. Filmst du? Tod. Echt? Ja. Guck mal zu mir und guck, wo der Pfeil hinfliegt. Dann siehst du, wo die... Ah, jetzt habe ich keinen mehr. Scheiße, ich hätte jetzt gerne filmen, Guido. Genau an Daniels Hausmauer. Da müsste noch ein bisschen... Ah, hier ist er. Alter, hier. Oh, ich habe den. Zweimal Schwarzpulver, Guido. Meine Tonnen haben sie gerade schon wieder bewegt. Oh, Schüppel. Jetzt haben wir auch. Scheiße, ich lege da hin. Schwarz, da rein. Dude, von mir aus können wir. Was denn? Na, Netterin oder wat? Ja. Der brauche ich erstmal noch. Ach, Quatsch. Du musst auch passen, dass ich nicht sterbe, weil ich bloß Level 29 bin. Bist du nicht sterben? Nee, eben. Nein, aber aufpassen, dass ich nicht sterbe. Warum bist du erst Level 29? Was bist du für ein Level? 38. Aber ich glaube, ich könnte das nicht schon von irgendwas ausheben. Das kann sein, ja. Warte mal. Mein Schwert leuchtet nicht. So. Kevin. Watt denn? Boah, ich kann schon wieder ein Gas. Watt denn? Verschwende. Naja. Äh, ne. Achso. Ah, alles klar. Ziel im Mordi, du scheiß Mistvieh. Bist du schon drinnen? Ja. Ach, du bist denn, Quido? Ich bin denn, ähm. Ich suche Holz. Stickies. Äh. Ne, mach dir Stickies. Einfach so weit jetzt. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Warum bist du stark? Ne, der Gas hat das Portal zerstört. Nein. Weil, das ist meine Gestarin hier. Wird eine neue darstellt. Ach. Ja, ja. Theoretisch daneben. Ey, das macht das doch nicht kaputt hier, du Mistvieh. Jetzt kommst du nicht mehr weg oder was? Ja. Ey, wäre nett, wenn ihr da mal rin kommen könnte. Naja, ich weiß nicht, dass du dir leckert ein Feuerzeug mit. Aua. Ach, du scheiße. Maaan. Jut, Daniel. Ich bin nicht direkt neben dir. Oh, nö. Warte, ich such mir mal was sicheres, dann lass mir mal die Koordinaten durch. Ich hab grad selber nichts sicheres. Oh, oh. Also, wer nett, wird mir sagen, würdest. Kann ich? Yo, x? x ist 43, 44, also 40 rum. 40. Y ist scheißegal und z ist minus 108, also minus 100. Na, ich würd schon genau haben wollen eigentlich, minus 108. Ja, aber ist y real. Ein Block verschoben, Alter. Ey, y ist doch die Höhe, oder nicht? Ja, deswegen sag ich ja, y ist doch egal, z ist minus 100. Ne, so real ist das hier nicht, im Leta. Ach ja, stimmt allerdings. Das hast du natürlich recht, 81 ist die Höhe. Hä? Hä? Oh, wow. Ey, guck mal da unten. Kann ich gar nicht, das ist ein Stein. Ne, ne, du siehst aber meinen Namen. Ach, da ist es, ja. Kann ich da auch rinkommen jetzt? Ja, ja. Du kannst jetzt rinkommen, ja, ja. Ey, klubst du, das ist ne bessere Stelle als vorher. Jop. Ach, du kommst hoch, die baut hier gerade, ich dachte, was kloppt denn hier so? Pass auf, geh nur hinter dir, der ist ein Alltviech, der holt hier gleich, ne, rüber. Der, der ist zu Hause, der macht da gar nichts. Ach, Kevin, keine Schweine angreifen. Genau, nie. Das sind doch keine Schweine. Die Zombieschweine nicht umdrehen, also, diese vier, die ein Schwert an der Hand haben. Nicht angreifen. Wo ist denn Kevin überhaupt? Ja, frag mich jetzt aber auch gerade. Na, hier. Denn es sind noch nicht geladen, glaube ich. Ich sehe euch doch schon rumhantieren. Ja, warte. Wo bist du denn? Ich gehe jetzt wieder raus. Hat er Angst? Jetzt bist du da besser, oder? Hm? Jetzt nimm ja. Jetzt bin ich raus, ja. Ja, komm, dann, die suche jetzt mal besser wird. Was suchst du denn? Na, Glowstone. Glowstone? Na, dann komme ich da mit. Hast du einen Wegpunkt gesetzt, Daniel? Ja. Ja, gut. Kommt er doch mit. Wir werden doch noch schnell warten. Ja, ja. Da ist schon was. Alter, blödes, die haben hier keinen Net-Aquarz. Damit kannst du richtig gut off-leveln, ey. Jede Wetter, damit ich hier drin verrecke, Alter. Ja. Wo denn? Oh, Glowstone. Weil Kevin sich hier nicht auskennt. Oh, Glowstone? Kevin, wo bist du? Ich warte extra auf dich. Na, ich bin schon bei Daniel hinten. Und wo ist Daniel? Ach, da hinten. Hier hinten. Wie meint'n das kaputt? Irgendjemand schießt doch nicht. Aufhauen, ja. Das ist eine gute Idee. Ich dachte, da muss ich irgendwie noch speziell oder so. Ach. Wie macht man daraus Lampen? Äh, einfach zusammensetzen. Viermal, äh, zweimal zwei. Oh, die geht ja. Nur auf die ollen Quallen musst du aufpassen, Kevin. Die ollen Schweine tun nisch. Quallen? Ja, die komischen fliegenden Dinger hier, die Feuerballe schießen. Und die Ghost-Dinger da. Ghost, Ghast. Na, und die Loren vielleicht noch. Und diese schwarzen Saschen-Skeletten, wie Rizzer oder irgendwie so. Wobei, ist der Rizzer nicht der große? Und diese komischen, wie heißen die? Die komischen Auseinander-Zieh-Dinger? Auseinander-Zieh-Dinger? Naja, diese... Ach, die Magma-Schleimer. Genau. Naja, die sind ja nun nicht weiter wild. Alter. Krass. Was hast du denn da? Ah, die ist bloß weit runter. Na, kleine Kante? Ach, dann. Kevin, spring mal, guck mal, ob du überlebst. Ja, den seh ich von hier aus. Den seh ich bis hier, dass ich den überlebe. Den seh ich bis hier, genau. Oh, wieso ladet er nicht so weit? Na doch. Na, ein Glück habe ich mir gerade nicht auf deinen Abgebot dafür. Ach, nee, krassier schnell. Seh ich nur von ihm scheiß. Um ihn auch um den gleichen zu machen, hat Daniel gerade gemacht. Ach, der gehört zu. Alles klar. Der geht ja schnell abzubauen. Oh, ja. Warum denn der? Oh, schon eine Axt kaputt. Ach. Spitzhacke. Hast du keine Diamanten-Axt? Nein. Spitzhacke meint ich auch. Oh, ich habe was gefunden. Warten. Ich sehe was Weißes. Ich sehe was Weißes. Das ist ein Lava-Mär, was? Ja. Aber wir haben noch keine Festung gefunden. Nee. Wobei, warte mal. Nee, das muss Delen-Sand.